Hallo, heute zeige ich euch eine Gemüsequiche, die einfach und schnell zubereitet ist. 160 Gramm Dinkelmehl 80 Gramm Mandelmus Salz und Pfeffer 70 Milliliter Pflanzenbrink Leicht einfetten Brink Vier Karloven Enge Zwiebel Eine Möhren Eine Möhren Drei Sellerie-Stanini Drei Sellerie-Stanini Sechs Brogoli-Röschen Drei Sellerie-Stanini Drei Sellerie-Stanini Drei Sellerie-Stanini Drei Esslöffel Kitscheabsinmehl Drei Sellerie-Stanini Salz und Pfeffer, Percé oder andere Kräuter. Bei 180 Grad 25 bis 30 Minuten Ober-Unterhitze. 2 bis 30 Minuten Ober-Unterhitze. 2 bis 30 Minuten Ober-Unterhitze. 3 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 bis 30 Minuten Ober-Unterhitze.